Es sind die ganz normalen Menschen, die unsere Weltgeschichte machen, in ihren ganz normalen Träumen, und die sind keineswegs zum Lachen. Es sind die ganz normalen Menschen, ohne die es gar nicht geht, denn diese Menschen sind entscheidend für den normalen Gang der Dinge. Es sind die ganz normalen Menschen, die halten den Betrieb am Laufen, denn für Astrosis steht mir rein, kann man sich herzlich wenig kaufen. Es sind die ganz normalen Menschen, mit einem ganz normalen Leben, die sich auch ganz normal benehmen, die sich zumindest Mühe geben. Es sind die ganz normalen Menschen, die dein Leben rechts, deren Leben rechts, unser Leben rechts, die sich auch ganz normalen Menschen, mit einem ganz normalen Leben, Sie erleben mich von mir und sich total erfüllen Geist. Sie sind die ganzen Träume und Menschen, die etwas leistet, was sie haben. Wie jedes große Waffen will, die mit dem Platz in ihren Augen. Sie will damit, was von mir klar ist, kann nur ein, was mich vergisst. Aber das Leben und sein Herz, so ein Frieden wie er ist. Sie sind die ganzen Menschen, die sich auch gar nicht anders fällt. Wie sich die Liebe nicht macht, wie sich die Furchtbarkeit nicht liebt. Wie man ein Herz, so als du bist, sollst mir nicht so viel, so viel. Wir haben uns auch mal eine Wünsche, wir haben ganz entscheidend viel. Wir haben uns auch mal eine Wünsche, wir haben uns auch mal eine Wünsche, wir haben uns auch mal eine Wünsche. Wir haben uns auch mal eine Wünsche, wir haben uns auch mal eine Wünsche, wir haben uns auch mal eine Wünsche. Wir haben uns auch mal eine Wünsche, wir haben uns auch mal eine Wünsche, wir haben uns auch mal eine Wünsche. Wir haben uns auch mal eine Wünsche, 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 wir haben uns auch mal eine Wünsche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020